Nur damit ihr Bescheid wisst, ich habe heute sehr gute Laune, wieso auch immer, aber ich habe keine Lust auf einen normalen Test, wobei am Ende verläuft es eigentlich immer wieder in das alte Schemata, aber das spielt ja auch keine Rolle, denn ich bin sogar der Meinung, hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ein Test von einem iPhone auf eine Art ist komplett überflüssig. Denn überlegt mal nur eine Sekunde nach, seid ihr ein iOS-Nutzer und ihr wollt ein iPhone, was werdet ihr euch kaufen? Ein iPhone, richtig, denn es gibt keine echte Alternative, natürlich wollt ihr größer gehen, holt ihr euch das Max, wollt ihr größer, aber billiger, holt ihr euch das XR und wenn ihr eben normal, holt ihr euch das XS, das war's. Und deswegen machen auch diese ganzen anderen Videos, die ein iOS-Gerät mit einem Android-Gerät vergleichen, für mich auch keinen Sinn, denn die sind meiner Meinung nach nur gemacht, damit sich eine Seite besser oder schlechter fühlt als die andere. Auf sowas stehe ich nicht, ist nicht mein Ding und macht eben auch keinen Sinn. Was allerdings auch keinen Sinn macht, ist, wenn ich jetzt so durchgehen würde, wie sonst auch jedes Jahr oder gerade letztes Jahr mit dem X, denn im Prinzip würde ich sagen, das und das und das, das gleiche wie letztes Jahr, eben nur ein bisschen besser. Hilft nicht wirklich jemand weiter. Deswegen möchte ich euch einfach mal eine Erfahrung schildern, nach knapp zwei Wochen und ich muss sagen, ich mag iOS auf dem Handy jetzt mehr als vorher. Ich habe es zwar schon immer auf dem Tablet gemacht, aber auf dem Phone war es für mich einfach etwas komplett Unbekanntes. Ich habe jetzt noch ein paar Sachen dazugelernt, die ich letztes Jahr eben noch nicht wusste und auch wenn ich es jetzt deutlich mehr mag, heißt es noch lange nicht, dass ich switchen werde, aber naja. Kommen wir jetzt zum Design und der Verarbeitung und so weiter und deswegen möchte ich jetzt zum ersten Punkt kommen, den ich sehr, sehr mag. Das ist die Größe bei der normalen Version und nicht dem Max, denn heutzutage ist jedes Handy mindestens mal so groß wie das hier und das ist einfach so viel schön kleiner. Also Inhandgefühl ist super einfach, weil ihr überall nahezu problemlos hinkommt, wobei ich auch dann wiederum sagen muss, aufgrund des hohen Gewichtes und der Fingergymnastik, die bei der Bedienung dieses Handys notwendig ist, ist es doch manchmal ein bisschen komisch, denn ihr müsst von unten swipen. Gewichtsverteilung eben wirkt für mich immer, als ob das Gerät umkippen will, dann müsst ihr eben nach links swipen und nicht zurück haben wollt, relativ weit nach oben. Okay, natürlich oben kann man verhindern mit dieser Geste und so weiter, aber mir kam es die letzten Wochen einfach vor, als ob ich permanent nur mit der Hand das hier irgendwie mache. Also das, obwohl das Gerät super in der Hand liegt, ist ein bisschen Geschmackssache und zum Beispiel dann gibt es ein paar kleine Dinge, die mich bei der Verarbeitung nicht ganz überzeugen, was ich von Apple einfach ein bisschen besser gewohnt bin. Zum Beispiel die Übergänge hier an den Seiten, denn sonst ist alles immer sehr, sehr schön smooth, aber hier zum Beispiel die Kante links fühlt sich ganz anders an wie rechts, es gibt auch deutlich schärfere Stellen. Natürlich, die Verarbeitung ist immer noch sehr, sehr gut und gerade die Tasten zum Beispiel, die haben einen knackigen Druckpunkt, sind auch gut platziert und wackeln absolut gar nicht. Aber ich hätte mir da einfach ein bisschen mehr Wow-Faktor erwartet, aber am Ende des Tages, es fühlt sich super an in der Hand, das muss ich dem Gerät einfach geben. Zu dem ganzen Rest muss ich nicht kommen, denn natürlich haben wir eben eine Sache, die muss ich allerdings noch negativ erwähnen, die relativ, oder ich sag schon mal einfach extrem breiten Seitenränder und die Notch. Hatten wir allerdings auch letztes Jahr, müssen wir nicht näher darauf eingehen, deswegen komme ich jetzt eigentlich schon direkt zu dem Display. Und hier muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr gutes Display, das mich nicht vom Hocker haut, denn es ist mit 1200 gemessenen Looks das hellste, was ich bis jetzt überhaupt hatte. Also ich habe schon gedacht, mein Luxmeter ist da am Arsch, denn selbst ein G7 kam auf knapp über 1000, glaube 1100, das kann nochmal heller, wobei es jetzt nicht mehr unbedingt so viel heller wirkt, wie jetzt normale Helligkeit, aber zumindest von den Werten her. Und auch die Farben zum Beispiel, die sehen sehr schön akkurat aus und weiß wird und so weiter, aber was mir eben aufgefallen ist, dass egal wie hell ihr das Display stellt, aufgrund dessen, dass meiner Meinung nach eben Apple auf eine sehr natürliche Farbwiedergabe steht und auch meiner Meinung nach den Glare verhindern will von dem Display, da ist es weniger spiegelt wie andere und dadurch fehlt mir auch dieses Poppen. Also mir fehlt hier dieses Beeindruckende, was ich bei einem Note 9 bekomme, was ich bei einem XZ3 bekomme und wie schon gesagt, ich will da jetzt keine Handys miteinander vergleichen, aber es ist ein super schönes Display. Und gerade eben von den Farben, sehr, sehr akkurat, also sehr gut auch von den Blickwinkeln und so weiter, aber irgendwie haut es mich nicht vom Hocker. Ja, wie sieht es mit dem Lautsprecher aus, werde ich nicht zeigen, da ich einfach gar nichts gerade drauf habe, aber ich sage es nur so. Er ist sehr, sehr schön laut und was definitiv hervorzuheben ist, dass das Ohrstück, also die Hörmuschel hier oben, deutlich lauter ist im Stereo-Betrieb wie bei vielen anderen Handys und eigentlich so ziemlich das lauteste von denen, die ich bis jetzt gehört habe, also das muss man dem Gerät angeben. Natürlich bin ich immer noch der Meinung, ihr solltet ein bisschen zum Reflektieren bringen, bringt euch den besten Sound, aber es ist sehr, sehr laut, wobei ich auch sagen muss, die letzten ein, zwei Stufen verzerren ein bisschen und ein ganz, ganz kleines bisschen Blechern klingt es, aber es ist immer noch locker, so Top 5 oder so, das klingt immer noch sehr, sehr gut, also das ist schon ein Meckern, nicht nur auf hohem Niveau, auf extrem hohem Niveau. Kopfwehreusgang kann ich nicht drüber meckern, denn der ist nicht da und leider auch nicht in meiner irgendwie Hand, weil ich habe vergessen einen Gourmel mitzubestellen, der ist ja leider nicht mehr im Lieferumfang mit dabei. Deswegen kommen wir jetzt eigentlich direkt zur Leistung und hier muss ich auch sagen, sehr, sehr, sehr gut, aber, und ich will nicht nur sagen, haut mich um, sondern enttäuscht mich in manchen Aspekten sogar ein bisschen. Dann gehen wir zum Beispiel mal in die YouTube Studio App, ich weiß, die ist nicht gut optimiert, aber seht ihr schon, da zuckelt es recht oft, da hakt es ein bisschen und seht ihr diese, also natürlich, die App ist mies optimiert, aber zum Beispiel paar andere Apps, also ich sehe es auch bei Instagram immer wieder, wenn jetzt eine App wirklich gut optimiert ist, wie jetzt zum Beispiel die hier, selbst die macht es, also ich muss zum Beispiel sagen, gerade First-Party-Apps wie zum Beispiel der Browser, der läuft eigentlich nahezu immer super flüssig und es ist wirklich schön, aber ich sehe hier einfach trotzdem zu viele Rucklohnen, ich habe es im Englischen schon genau so gesagt, wie ich es jetzt sagen werde. Wenn ich ein Gerät für 1000 Euro kaufe oder eben noch teurer, dann ist es mir egal, ob manche Drittanbieter-Apps nicht top optimiert sind, die müssen, egal auch wenn ein bisschen schlampig optimiert sind, gerade wenn es relativ große, bekannte Apps sind, die müssen sauber laufen und wenn das eben nicht der Fall ist, finde ich das ein bisschen enttäuschend, also das muss ich einfach sagen, denn es ist jetzt kein Beinbruch oder so, es tut es im Alltag absolut schön, also es funktioniert sehr, sehr gut, aber nicht ganz so flüssig, nicht ganz so durchgehend, nicht ganz so konstant, wie es eben manche andere heutzutage können. Für das Geld erwarte ich ein bisschen mehr. Was ich für das Geld auch erwarte, ist ein Quick-Charger, aber die ganze Sache will ich nicht allzu sehr durchkommen, eine volle Ladung dauert knapp 2 Stunden 45, ist jetzt nicht extrem mies, zum Beispiel ein XZ3 macht das auch, aber auch dort eben habe ich schon gesagt, ich finde es okay, wenn es langsamer lädt, denn gerade zum Beispiel ein iPhone nutzt man über mehrere Jahre und wenn ihr es ständig schnell ladet, geht der Akku eben schneller hinüber, also ist das okay, aber ich will die Option schnell zu laden, also ob ich sie nutze oder nicht, ist eine andere Sache, aber gerade für das Geld sollte der dabei sein, wobei dann wiederum muss ich sagen, die Akkulaufzeiten sind echt super, gerade für die Größe hätte ich sowas nicht erwartet, denn ich kam auf ungefähr 5,5 bis 6 Stunden bei mobilen Daten und dann so in etwa, aber da ist jetzt der Unterschied deutlich geringer als zum Beispiel schon bei Android-Geräten, da kam ich vielleicht auf 7,5 Stunden, also die Differenz zwischen den beiden, also zwischen WLAN und mobilen Daten ist kleiner, aber wenn ich eben sehe, 5,5 bis 6 Stunden, das ist ein Wert, den erreichen die meisten Android-Flaggschiffe auch und nicht wirklich besser, außer es sind irgendwie extrem Batterie-Handys oder so, von daher ein echt guter Job, vor allem da eben auch der Stand-by-Drain iOS-typisch super ist, von daher top und wenn wir schon von iOS reden, kommen wir kurz zur Software und ja, Face ID habe ich erst gar nicht erwähnt, muss ich aber sagen, in den letzten zwei Wochen, wo ich es benutzt habe, das funktioniert so intuitiv, so natürlich, aus auch teilweise komischen Winkeln, dass ich irgendwie einen Fingerdruckleser absolut nicht vermisse, muss ich sagen, also in manchen Situationen ja, aber auch in manchen anderen Situationen machen eben Android-Handys auch mit dem Fingerabdruckleser oder Face ID nicht alles perfekt oder eben Face Unlock und so weiter, von daher, was mir an iOS super gefällt, ist die Anpassbarkeit, denn ihr könnt Hintergrundbilder einstellen, ihr könnt die Icons umbelegen, ne, das war es eigentlich schon, ne, mal ganz im Ernst, also das finde ich schwach, also dass man nicht mal Icons an eine bestimmte Position packen kann, die sind dann alle angereiht, das ist nicht so toll, was mir persönlich als Tester sehr gut gefällt, ist eben diese neue Statistik, die mir eben die Bildschirmzeit anzeigt, dann auch zum Beispiel die Aktivierungen pro Stunde, auch die Mitteilungen, das ist praktisch, jetzt für mich als Normaler Nutzer eher weniger, aber als Tester finde ich das echt praktisch. Ansonsten, hier eben die Benachtturmung, dann noch die bla bla bla, wo ich ja letztes Jahr mich noch beschwerte, dass da so viel leer ist, natürlich kann man das belegen, weiß ich jetzt auch, auch zum Beispiel das mit der Helligkeit, dass man die automatische Helligkeit abschalten kann, das sind jetzt alles Sachen, die weiß ich und deswegen muss ich sagen, ich habe mich deutlich mehr an iOS gewöhnt, also ich könnte das als meinen Daily Driver benutzen, wobei ich sagen muss, einfach von Android gewohnt, sind manche dort relativ einfachen Sachen hier noch ein bisschen Kram für mich, denn zum Beispiel letztens musste ich mal eine Unterschrift auf eine PDF-Session und die per Mail verschicken, das ist eine Sache, die dauert bei Android, so wie ich es eben weiß, so 10, 20, 30 Sekunden, je nachdem, wie lange ich für die Unterschrift brauche, da war das hier schon eine Aktion von teilweise 5 bis 10 Minuten, und natürlich, wenn ihr ein Android-Gerät länger benutzt, äh, ein iOS-Gerät länger benutzt, wisst ihr, wie so Dinge funktionieren, dass das einfach ein bisschen anders funktioniert, deswegen will ich das dem auch gar nicht ankreiden, aber ein paar eben, gefühlt einfache Aktionen sind ein bisschen komplizierter einfach, deswegen, dass es keinen richtigen Dateimanager gibt und so weiter, aber es gibt dir zumindest einen, also es ist leichter als noch beim letzten Jahr, muss ich sagen, aber ich könnte drauf wechseln, aber eine andere Sache muss eben auch noch erwähnt werden, ich habe schon gesagt, iOS-Handys werden meistens länger benutzt, außer die Leute, die jedes Jahr wechseln, könnt ihr sowas ein paar Jahre lang benutzen, bei Android bekommt ihr eben aber nicht ein paar Jahre lang Updates, das ist nicht gängig, aber hier bekommt ihr sie noch sehr, sehr lange, und das ist gerade in Anbetracht, wenn ihr es länger benutzen wollt, doch absolut hilfreich, und deswegen kommen wir jetzt kurz zur Kamera, und wie schon gesagt, Test ist jetzt eigentlich wieder eher normal, also auch eine gute Laune, ändert nichts dran, dass ich da wie ein Testroboter bin, ihr könnt zwischen den Modi wechseln, per Swipe, nicht zwischen der Kamera, habt die ganzen Modi, also ihr seht schon, die App ist sehr, sehr minimalistisch gehalten, es gibt auch nicht wirklich irgendwie manuelle Modi oder so, aber sie tut ihren Job, und sie funktioniert einfach sehr, sehr einfach, und die Ergebnisse, die sind ja wichtig, von daher gucken wir uns die mal an, und ich habe vergessen, komplett wieder von Anfang an zu scrollen, einfach basierend auf dem englischen Test, und schneller geht es nicht, da ich auf gleich einen Punkt kommen will, H-E-I-C, also die Kompressionsmethode, die eben Apple benutzt, für alle ihre Dateien, ist ein Krampf, das läuft schwer, und wenn hier mal was zuckert oder ruckelt, dann ist es einfach daran, aber jetzt kommen wir zur Hauptkamera, muss ich sagen, ich finde es super, also was mir nicht ganz so gut teilweise gefällt, ist, das, sind wir jetzt am Anfang, ja, wohl, schon, okay, nee, wartet mal ganz kurz, einen Moment, da stimmte was, nix, doch, 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 das passt, sorry, war ein bisschen verwirrt, Selfie-Gamera, also ich muss immer noch sagen, sie gefällt mir sehr, sehr gut, denn die Bilder sehen sehr, sehr schön scharf aus, detailliert sogar näher, und noch scharf als bei manchen anderen, Farben wirken akkurat, alles andere, es gibt eben auch diesen Portrait-Modus und so weiter, von dem halte ich jetzt persönlich nicht so viel, das sehe ich ja schon, also bei meinen komischen Haaren schneidet da relativ viel ab, teilweise auch ein paar komische Effekte, aber die Qualität schon ab der Entfernung richtig gut, was mir dann manchmal eben aufgefallen ist, hier die Haut, das sieht nicht natürlich aus, also so sieht meine Haut nicht aus, und ich weiß nicht, was die Kamera da manchmal, glaube ich, nachbearbeiten so scheint, ich weiß es nicht, also es sieht nicht bearbeitet aus, aber es sieht auch nicht natürlich aus, es ist ein bisschen komisch, kann ich nicht ganz so nachvollziehen, aber die Qualität gefällt mir echt sehr gut, aber noch besser wie die Fotos selber, muss ich sagen, gefällt mir die Videoqualität, aber zu der kommen wir dann gleich noch, aber Portrait-Modus funktioniert sehr gut, bei mir ist es nicht ganz so optimal, mit den HDR-Modi und so weiter, aber ich finde die Frontkammer, also das hier, das sieht komisch aus, also ich weiß nicht, was die Kamera da macht, jetzt aber kommen wir kurz mal zum Video, da muss ich einfach sagen, wow, das ist 1080p 60, das ist super scharf, super detailliert, okay, hier gibt es ein paar komische Belichtungsflackerer, die ich mir nicht ganz so erklären kann, und wie schon gesagt, wenn es ruckelt, dann ist es eher der PC, denn meiner läuft letzte Zeit ein bisschen heiß, aber die Qualität ist top, und es ist eben auch, zwar mit einem ein bisschen größeren Crop, aber stabilisiert, das wirkt super, also wenn ihr vloggen wollt mit der Kamera, wenn ihr vielleicht noch ein Selfie-Stick nutzt, oder wäre das finde ich ideal, wenn ihr euch sehen wollt und so, also ich bin von der Qualität der Front-Video-Kamera, absolut begeistert, wobei auch mit der normalen, aber dazu später noch, wo ich dann nicht begeistert bin, das sind die Lowlight-Bilder, die muss ich einfach sagen, brechen stark ein, also gerade wenn ihr rein sucht, dann seht ihr, dass das Bild eben doch stark zusammenbricht, auch hier zum Beispiel, hier ist zu viel künstlich nachbearbeitet, das sieht einfach nicht mehr natürlich aus, auch hier im Dunkeln mit Blitz, also wenn die Kamera Dunkel nicht kann, dann sollen sie das anders machen, und hier zum Beispiel jetzt mal das Bild bei Tageslicht, dann mal im Dunkeln, und dann mal mit Blitz, also mit Blitz muss ich sagen, sind die Bilder okay, aber ohne Blitz ist mir das einfach wieder natürlich, äh, nicht natürlich genug, einfach zu viel nachbearbeitet, das sieht man jetzt auch zum Beispiel sehr, sehr gut hier, sobald man reinzoomt, sieht man eben, dass hier die Qualität sehr, sehr stark einbricht, und nachher im Video sieht man das noch, noch viel schlimmer, also wie schon gesagt, Lowlight, alles was mit Lowlight zu tun hat, ob es jetzt Video ist oder Foto, vorne oder hinten, das ist deutlich unter dem Schnitt, ansonsten, bei guten Lichtverhältnissen, da ist eben der Unterschied, denn da ist die Kamera mal nach wieder absolut super, super schön scharf, akkurate Farben, Bilder werden schnell geschossen, werden zwar auch nachbearbeitet, aber das wirkt dann absolut natürlich, muss ich sagen, und auch das gefällt mir eben echt top, also auch zum Beispiel HDR-Modus, hier mal wieder mit, macht einen guten Job, dann auch jetzt noch mal drin, ich habe die Bilder jetzt nicht so geordnet, wie letztes Mal, also hier die Bokeh-Modi, naja, bin da nicht so der Fan von, aber ja, die Bilder, aber wie schon gesagt, im Dunkeln, nee, nicht so, aber jetzt noch mal drin, super Bild, also das Video da ist einfach echt top, auch der Sound muss ich sagen, also Stereo haben wir jetzt, und super Qualität, super schön, voll, aber ja, also muss man da noch irgendwas sagen, nee, also das geht nicht, also man kann in der Preisklasse nicht so viel versuchen nachzuarbeiten, um das Bild zu retten und es dann so zu zerstören, denn es ist meiner Meinung nach so ziemlich die beste Kamera für Front-Video, egal was man da sagen will, ansonsten, ja, wie schon gesagt, alles, wenn es nicht heller ist, ist nur okay, wenn es dunkler wird, eben noch viel schlimmer, und zum Beispiel, das verstehe ich auch gar nicht, das Bild, das Bild, und das Bild, sehen total daneben aus, und wenn ich jetzt nur einen Schritt nach hinten gehe, sieht es normal aus, also ich kann mir das Bild nicht ganz erklären, was da so falsch berechnet wird, dass die Kamera auf einmal so unterschiedliche Bilder macht, denn das, so sah es definitiv nicht aus, das kommt dann wiederum hin, aber wie schon gesagt, das ändert nichts, die Quali ist super schön detailliert, super schön scharf, top, Belichtung, dynamischer Umfang, sehr gut, ja, passt, von daher Video, ich komme eigentlich nur 4K60 zu sprechen, da das meiner Meinung nach, das ist, was jeder nutzen sollte, denn 4K30 wirkt für mich ein bisschen zittrig, und wie schon gesagt, wenn es hier ruckelt, dann ist es nicht das Video selbst, denn manchmal läuft es auch flüssiger bei mir, aber Autofokus ist super, 4K60 ist super flüssig, super schöner Autofokus, sogar recht stabil noch, also ich brauche da gar kein EAS oder so, das funktioniert sehr, sehr flüssig, diese komischen Zittre kann ich nicht ganz verstehen, das war letztens noch nicht der Fall, ansonsten eben diese Qualität, also selbst wenn man sehr sehr nah rangeht, super Detailgrad, super Schärfe, und ich würde sagen, mit einer, wenn nicht sogar meine absolute Lieblingskamera, wenn es um Videos geht, von daher nochmal ganz kurz, Frontkamera super, Frontvideokamera noch besser, Hauptkamera super, Hauptvideokamera auch super, fällt mir einfach so gut, aber sobald es dunkel wird, geht es in der Keller, aber dafür, wie schon gesagt, Lautsprecher auch noch sehr gut, kommen wir jetzt auf eine Art zum Fazit, ich weiß da nicht wirklich so, was ich sagen soll, ich habe ja schon gesagt, ein Vergleich mit anderen Geräten, macht keinen Sinn, und ich werde euch bestimmt nicht sagen, ja, nicht 1000 Euro plus ausgeben, dafür, wenn ihr ein Note 9 bekommen könnt, spielt keine Rolle, wenn ihr ein iPhone wollt, wenn ihr euch einen Test dafür anguckt, und wenn ihr interessiert seid, daran einen zu kaufen, dann seid ihr nicht an einem Note 9 interessiert, und ich muss sagen, ich könnte mir vorstellen, ein iPhone mittlerweile persönlich, als mein Daily Driver zu nutzen, ich werde es nicht machen, weil ich einfach, als jahrelanger Android Nutzer, einfach viele Dinge anders gewohnt bin, und ich will mich nicht umstellen, persönlich muss ich aber auch sagen, zu teuer, nicht zu teuer für was es ist, wobei das auch, aber dazu komme ich gleich noch, aber ich kann kein Handy um 1000 Euro empfehlen, wenn, wenn euch Geld keine Rolle spielt, und so weiter, Preis-Leistungs-Verhältnis, und so, okay, ja, dann ist es ein sehr, sehr schönes Gerät, für was es steht, Konkurrenz in Anbetracht spielt keine Rolle, deswegen habe ich auch gar keine, irgendwelchen Kategorien mit Wertungen eingeblendet, denn das spielt keine Rolle, ihr wollt ein iPhone, ihr wollt das, größer, kleiner, billiger, gibt es alles, wobei kleiner nicht mehr, aber, ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll, also, mir gefällt es schon sehr gut, aber, ein paar Sachen, und dann muss ich einfach sagen, für das, was ihr eben 1150 Euro mal mindestens zahlt, ist die Hardware nicht so atemberaubend, also, ich will jetzt nicht sagen, ein Note 9 macht irgendwas grundlegend besser, der Lautsprecher minimal besser, das Display vielleicht minimal besser, aber der ganze Rest, ich muss sagen, das Gerät, und das hätte ich sehr gerne gesagt, habe ich auch irgendwann mal so getweetet, ein super 700 Euro Gerät, wenn es denn 700 Euro kosten würde, was eben leider nicht der Fall ist, also, ich finde die ganzen neuen Flaggschiffe irgendwie grauenhaft teuer, und deswegen habe ich echt ein Problem, sie zu empfehlen, bei Android ist es recht leicht, da gibt es eben immer günstigere Alternativen, hier ist die günstige Alternative eben immer noch 850 Euro mit dem 10R, ja, das ist eine Alternative, sonst weiß ich nicht, was ich sagen soll, also, im Vergleich zu einem 10, lohnt es sich gar nicht aufzusteigen, das ist klar, denn alles ist zwar minimal besser, auch wenn jetzt der Lautsprecher zum Beispiel verzerrender wirkt, als ich noch in Erinnerung hatte, das Display wirklich nicht besser, Leistung ist nicht wirklich besser, die Akkulaufzeit jetzt zwar besser, aber das liegt wahrscheinlich eher an den Optimierungen von iOS 12, was ja viele Leute sagen, Sprachqualität war okay, Empfangsqualität war jetzt nicht die allerbeste und so weiter, also, ich finde, ihr zahlt sehr, sehr viel Geld für nicht wirklich mehr Handy als woanders, aber dabei soll es belassen sein, ja, bis zum nächsten Mal, ciao.